3.8. Nun, da Sie das Flugabwehrgeschütz deaktiviert haben, werfen wir in Ihrer Nähe ein kleines Paket ab. Halten Sie die Augen offen. Unter anderem ist ein panzerbrechender Aufsatz für Ihre DC-17 dabei. Sie werden ihn brauchen. Ja, mehr Sprengstoff. Sie haben gerade meinen Tag gerettet, Berater. Und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars. Der Publikkommando. Und wir rücken nach wie vor aufs Kernschiff vor. Und demnächst drauf hätte ich Plushaar mit der Munition. So. Oh, 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 Hinterhalt. Ja, gut. Oh. Da kommen wir noch mehr. Oh. Schkirren. Scheiß Bug. So, gönn dir ein bisschen Bug da, mein Freund. dann kann ich mir auch mal das ist der jäger ist den wir abgeschossen haben weiter geht's jungs da kommt unser Nachschub das müssen die druiden sein die wissen so aber ich kann mir auch nicht schärfisch sein die sind in Position sie haben keine chance gegen mich so na jetzt hier ab jungs So, weiter geht's, Jungs. Ja, das ist gut. Das ist ja gut gemacht, mein Junge. So. Oh. Ah, wie gesagt, ne? Erstmal ne Granate entwerfen. So. Macht ihm platt. Sehr gut. Ja, rein da, Jungs. Delta Team, machen wir es von hier aus. Mit dem allergrößten Vergnügen, Sir. Sehr gut. So. Warte, hier ist hier irgendwo... Oh, guck mal. War hier nicht der Granate? Ja, nein. Macht's ja alle platt. Ja, sowas ist schön. Hm. Na, kommst du. Danke. Ja, wir sind alle platt. Fast. Guck mal, ich hab ihn platt. Ach, er nimmt noch immer. So. So. Delta, formieren Sie sich. Keine Munition mehr, Sir. Manöver abbrechen, Delta. Nicht keine Munition mehr. Gehen Sie in Position, Delta. Käme Position ein. In Position. Ich hoffe, da kommen keine mehr raus, hier. Ah, komm mit. Okay. Äh... Los. Ähm, Granate. Los. Ander. Ich geb alles, komm her. So. Irgendjemand imz. Die Panzerbrechen, ne? Oh, was auch. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ein Panzerbrechener Aufsatz. Cool, Boss. Ja, ne? Eine schicke, kleine Waffe. Ey, 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 ey. So, ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich bin beschäftigt. Hierzu, dass ihr mich wieder auf die Beine rollt, Jungs. Dankeschön. Oh. Zeig mir nicht in der Ecke ab. So, gibt's hier noch Bagda? Ja. Erstmal für mich. Erstmal für 4-0. Können Sie sich ein bisschen Bagda-Delta? Ich bin schon unterwegs, Herr. Präzisionsschuss, abbrechen, Kommando. Wir müssen da jetzt rein. Na, 4 ist der Granate. Kommando geheilt. Kommt ihr? Fixer. Die Tür ist verriegelt, Sir. Wir müssen wohl außen rumgehen. Verdammte Druiden. Lasst uns durch. Wattler. Der Schutt versperrt uns den Weg, Boss. Wir müssen die Felden in die Luft jagen. Und ich sage das nicht nur, weil ich so gerne Sachen in die Luft jage. Warum denn sonst? Brauche Deckung ziehen? Ja, wir geben die Deckung, mein Freund. Was? Rot-rot-grün oder rot-grün-rot? Und da sind Ruiden da. Na, ist sie ab. Ich heart-grün oder rot-grün-rot-grün. Verkauf es ganz gut. Ich hab die geraint. Was? 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 Was ist sie? Was? Was? Hey Dankeschön Alles kaputt So, hier kommt doch Dankeschön Das ist eine der unangenehmsten Anti-Infantierenheiten der Handelsgilde. Sein Handstahlpanzer wird für gewöhnlichen Ropfschiffen verbaut. Er ist quasi gegen Krankfeuerwaffen. Nur sein optischer Sensor, die rote Kugel auf seinem Torso ist nicht geschützt und verwundbar. Mit anderen Worten, schließ auf den großen roten Fleck. Zielen Sie auf den optischen Sensor, Delta. Jetzt können Sie Ihren Panzerbrecher einsetzen. Los! Da, das sieht doch gut aus! So Schießt, wir auf den optischen Sensor. Oh, er geht um Deckung. Da schießt du in die Vollschrift. Oh! Das ist ja geboten, ey. Ja, wir brauchen hier mal eben. Ja, da haben wir uns selbst geschockt. So Wir brauchen hier neue Granaten. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Teil von uns. Hallo? Aja! Sehr schön. Da haben wir ihn platt gemacht. Manöver abbrechen, Delta. Wagt der Prozedur einleiten? Ja, Sir, bin unterwegs. Bin einsatzbereit, Delta-Team. Und dann... Müsst ihr da rein? Okay. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Der gehört mir. Alles klar. Wir haben den Eingang zum Kernschiff erreicht, aber er scheint abgeschirmt zu sein. Roger, Delta. Halten Sie die Stellung. Wir schicken Luftunterstützung. Okay. Delta-Team, hier Kampfschiff Wing Delta-4-2. Wir nähern uns Ihrer Position. Treten Sie vom Eingang zurück. Die Party ist schon fast vorbei, Pilot. Sie sollten froh sein, dass ich überhaupt hier bin. Da draußen ist die Hölle los. Wir können das Zielgebiet sehen. Beginnen mit dem Überflug. Ihr Jungs solltet vielleicht in Deckung gehen. Machen wir. Ah. Deckung! Schild zerstört. Danke für die Hilfe, 4-2. War mir ein Vergnügen, Delta. Neutralisieren Sie jetzt das Kernschiff und stellen Sie die Startkosten. Sicher. Dann haben wir. Eigentum der Föderation gesichtet. Soviel zum Thema Geheimhaltung. Ich dachte, das ist eine Geheimoperation. So. Ach, die Kampfschiff. So. Mal eng geblitzt, dingst. Dann fallen die auch schneller um. So. Oh, scheiße. Ja, lauftun mal ruhig weiter. Ja. Wenn du keinen angreifen willst. Ah, jetzt. Ach, Mann. Sie. Sie. Baktar. Jetzt. Besorge Baktar. Ist hier noch Munition, Leute? Nein. Das ist schlecht. Ich muss den Snipermoni. So. Hicken Sie die Tür, Delta. Heckvorgang läuft. Ah, da ist doch so ein Infanterie-Droide. Nein. Oder Anti-Infanterie-Droide. Ja, genau. Ja. Ja. Er ist auf. Bewegung. Ah. Ah. Baktar. Sofort. Ha. Baktar. Baktar. Sie treffen mich nicht. Mann. Oh. Ach, den anderen ruhig noch was. Hier noch weg. Hier noch weg. Und da kommen immer mehr, oder? Ja. Superkampf. Wir sind ausgeschaltet. Na gut. Vorwärts, Leute. Vielleicht dagegen machen wir es von hier aus. Bin unterwegs. Oh, woher müssen wir die Brücke rausfahren. Ja. Diesmal hacke ich selber. Bedeckung, Jungs. Mach' ich schon. So. Da kommt die Brücke. ich brauche position ändern weiter geht's was das erleichtert ihnen wiederum ihr eigentliches ziel zu erreichen denken sie daran wir brauchen diese startcodes viel glück deltas danke schön dankeschön ja ich würde sagen wir sind am ende einer folge und sehen uns gleich wieder wenn wir im kernschiff sind bis dann ciao ho